Musik Hallo, ich bin Fee. Ich blogge über alles, was mich glücklich macht. Das sind Reisen und Fotografie, das sind DIYs und Rezepte, das ist auch das Ruhrgebiet und Musik. Musik Musik Kulturelle Vielfalt bedeutet für mich das Miteinander mit anderen Altersgruppen, mit anderen Religionen, mit verschiedenen Weltanschauungen oder auch anderen sexuellen Orientierungen. Deswegen werde ich in den nächsten Wochen auf Tour gehen und einige sehr interessante Menschen treffen, die sich genau mit diesem Thema der kulturellen Vielfalt persönlich beschäftigen. Und weil Liebe ja auch durch den Magen geht und Verständnis und Wertschätzung verändern, da im Endeffekt irgendwie was Ähnliches sind, werden wir zusammen essen. Genauer gesagt werden wir zusammen grillen und ich hoffe, dass wir dann auf diesem Wege zusammen eine Flamme für die kulturelle Vielfalt entzünden. Damit diese Flamme auch überspringt, würde ich mich freuen, wenn ihr auf meinem Blog oder auf Facebook mich auf meiner Reise begleitet. Ich freue mich schon total und es wäre schön, wenn ihr auch dabei seid. Musik Musik